Wir haben viel zu lang gewartet. Jetzt kommen sie aus Norden, Süden, Westen, Osten. Sie kennen keine Gnade und nehmen sich, was sie wollen. Schreit, so laut ihr wollt. Keiner kann sie aufhalten. Deutschlands spannendste Serie geht in die nächste Staffel. Die Sportschau. Ab 17. August, samstags, 18 Uhr im Ersten.